Hallo Leute, hier ist nochmal Halbsridis aus dem Sonnen in Kalifornien mit einem neuen nächsten Message. Viele, viele haben mich gefragt, bist du bei dem Online-Event dabei, das vom 30. Juli bis 10. August stattfindet? Natürlich, alle, die mich nochmal live sehen wollen oder jetzt in dem Fall online live sehen wollen, es ist natürlich ein toller Vortrag von mir dabei. Ihr könnt mich hier miterleben quasi. Es geht um dieses Thema, wie kann man seine Form in Ergebnisse umsetzen. Mein Lieblingsthema und das Thema, das für so viele Menschen das Wichtigste ist. Und vielleicht ist es für das ganze Online-Event letztendlich das Thema, denn ihr werdet so viele neue Informationen kriegen, so viele Tipps kriegen und es geht immer um eine Geschichte, wie kann ich dann alles das, was ich gehört habe, was ich neu erfahren habe, was ich mir neu vorgenommen habe, dann wirklich in die Praxis umsetzen, sodass es dann den Erfolg für dich ganz persönlich bringt, für dein berufliches Leben, für dein Privatleben, für den Erfolg, den du dir persönlich suchst. Und denk nochmal dran, sicher dir dein Freiticket, es ist eine gigantische Chance, es ist ein einmaliges Ereignis, das größte Online-Ereignis, das es im deutschsprachigen Raum gibt, jedes Jahr. Und es sind hier 50 Sprecher am Markt, es sind tolle Kollegen, die besten Experten, die es dafür geben kann, sind da einfach im Einsatz. Es ist Dirk Kreuter da, es ist Hermann Scherer da, es sind also die besten Experten da, es ist Lothar Seibert da, es ist Professor Knoblauch da, es sind lauter gigantische Leute. Schau dir das einfach an, klick unten drauf, sieh dir an auf der Homepage, was da alles für tolle Referenten sind. Reservierte dein Ticket und das ganz Tolle dran ist, noch einmal, ich möchte noch einmal erinnern, was ich gestern gesagt habe, es sind ganz, ganz wenige Freitickets da. Ich weiß nicht, ob du noch eins kriegst, halt probier's einfach. Ich habe noch einige wenige Freitickets gesichert für dich. Du kannst zehn Tage lang, jeden Tag fünf Referenten sehen, dir anschauen, wann immer du Lust hast, wann immer du möchtest, alles ein Teil davon. Es ist gigantisch, es ist vollkommen kostenfrei. Du kannst dir das beste Wissen rausziehen, was normalerweise unglaublich viel Geld kommt, wenn du diese einzelnen Speaker besorgen willst. Also viel Spaß beim Ticketreservieren. Ich freue mich, dich sehen bei meinem Vortag und natürlich genieß alle anderen Referenten, das sind die besten Experten Deutschlands hier am Markt. Wir sehen uns, hier war Harald Seridis, dein Network Marketing Coach, der Mann, der Experte für Onboarding, Recruiting, für Coaching, der hat dein Business upgradet. Wir sehen uns, bis dann.